Oh, na, haha, sehr gut. Viele Köche verderben den Baujürgen. Zeugs brauchen wir. Lang zu hier. Ich mach grad angeln, angeln noch. Aber der hat was reingekippt? Der hat was reingekippt? Nein, ich wollte das nicht. Oh, haha, haha. Ach komm. Er hat wieder das Wasser getrunken. Da hat man ein bisschen trockenes hinterher. Trockenes Wasser hinterher. Die erlabert ein Mist hier. Shit, der hat auf sich das Wasser genommen. Ach komm. Warte, ich hab schon zwei Gläser getrunken. Ja, ich hab recht nachgefüllt. Ach guck mal, ich hab mir rechtzeitig einen neuen Hafen gebaut, ist ja nicht wahr, oder? Leather. Ohne es zu merken, das ist gut. Ja, die wusste das gar nicht. Wo ist der denn her? Das sind die Momente, wo du denkst, was mach ich hier, wo bin ich? Wieso mach ich das gerade? Wer seid ihr? Boah, da ist aber eine Planke kaputt. Hier. Wo reparieren sie doch? Bin ja dabei. Oh, ne geht nicht. Weil ich keine Planke hab. Kann einer einen Eimer bauen? Also einen Anker? Wurfanker? Ja. Warte, ich guck mal. Bei Segel. Äh, ne, mir fehlen zwei Planken. Warte, ich muss äh... Planken kann ich dir geben. Hier fehlen zwei Planken? Boah, ich kann doch einen stationären Anker bauen, aber... Da. Ein Scharnier, drei Metallbachen. Na ja. Stationell, ne? Ja. Ja, den könnte ich bauen, aber wir haben kein Eisen. Ja, aber doch. Und, und wir brauchen ja diese Forge da, diese... Ach. Vorsicht, also, ich hab immer noch kein Speer. Wo ist der? Mein Speer ist kaputt. Da hinten. Super. Ich hab ihn gepikst. Ihr seid mir welche, hier. Ja. Sonst hast du keine. Du hast keinen Speer. Du baust dich einfach keinen Speer, ne? Ich bin tierlieb. So, soll man hier ankern? Soll man hier ankern? Ja, bitte. Wo hier? Ja, weil hier ist direkt hier, ne? Hier mit dem Meer? Ach so, oder Sennsel? Und hier ist Kupfer, oder war das das Eisen? Das Steine sind das. Das sind Steine? Ja. Das Kupfer. Das hier ist irgendwie mit Sand, ne? Ist schon mal her. Das ist Steine hier. Ach, ne, ist ein Baum. Ich hab ne Wassermelone. Ich hab ne Wassermelone. Noch ne Wassermelone. Ich hätt ja auch den Speer nehmen können. So, ich geh nicht mehr ins Wasser erstmal. Ich hab ne Haifobie. Echt? Du bist das. Echt? Wo ist der denn? Hier. Der Hai? Kannst du ja kämpfen bei uns am Floß, genau. Echt? Echt. Dann kann ich ja hier weiterbuddeln. Ja, ich auch. Jetzt nicht mehr. Haltet ihr mal schön bei euch da. Äh... Ah, nein, erst bei mir. Zu spät. Das ist auch noch in Ordnung. Fuck, danke. Ey, ich hab hier was gefunden. Eisen oder sowas. Oh, der war gut. Metallerz, ja. Aber dafür brauchen wir ne Forge. Eine Forge? Eine Forge. Der böle Fickhai, Alter. Wieso? Der ist doch nett. Mir hat er nix getan. Hast freundlich gegrüßt, ja? Ich sehe nicht dieses alten Zeug. Ja, genau, ja. Der schwimmt ja so nah an der Insel rum. Der mag Anstand manieren. Auatsch! Das hab mir ja den Apfel gebissen. Was brauch ich denn? Den Hammer, um das abzubauen? Naja, ne, ich brauch ne Axt. Ja, da kannst du Bäume füllen. Mhm. Was, was mach... Wie kann ich denn hier die Sachen abbauen? Mit dem Haken unter Wasser. Mit dem Haken kannst du die abbauen, ja. Arschlohei. Das hat arme Tiere in Ruhe. Ach, ich sag mal was essen. Das will ja auch nur, nur, nur was essen. Ach, der scheiß Hai. Was hab ich jetzt... Ich hab grad eine von euch getrunken, oder? Ja. Ich hab Metall-Erz gefunden. Das ist gut, oder? Ja, ja, das ist gut. Beide Bäche zu lernen. Nein. Ach, hi. Ich angel noch ein bisschen. Ah, ich... Ich muss mich erst mal wieder an das Spiel gewöhnen, ey. Au! Du auch? Ach, schlimm. Ich hab zu viel Atlas gezockt, echt. Ja, das ist immer, wenn man verschiedene Spiele zockt. Dann hat man die Tastaturbelegung da so, und da hat man sie so. Ich müsste auch mal... Ein Hai! Ach, der hat's genau auf mich zugezogen. Die hat den Hai angekotzt. Hat gewirkt, der ist abgeholfen. Ja. Na gut. Dazu sag ich jetzt mal nix. Ein Spitter. Der Spitter unter uns. Ach Gott, die sind ja alle voll hier, Mensch. Meine Angele ist kaputt. Der Hai ist echt ne, hab ich du. Uuuu. Hier flanken und... Der Seile kann ich ja wieder bauen, bestimmt. Wo? Ja, jede Menge. Wir können gleich ins Wasser gehen. Ich... Ich nicht, ne. Wieso hast du ein Blatt? Ja, ich hab hier Vöger. Und jetzt kommen wir ins Wasser, ja? Jetzt, jetzt, jetzt. Dann können wir nochmal schnell... Ist er lang beschäftigt? Nein, aber ein bisschen. Ja, das sind schon so zwei, drei Minuten, ist er beschäftigt. Aber... Zwei, drei Minuten, das ist gut. Ja, ja. Hier sind nur Steine, die lassen wir erstmal. Hier. Da brauche ich nicht. Lehm. Genau, wir brauchen Ton, genau. Ton und Sand und... Kein Eisen. Ja, klar. Und Eisen, ne? Wenn nicht verkehrt. Hier ist Sand. Bisschen Schrott, mein ich. Ja, äh... Schrott. 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 Und hier was an der Wände hängt Eisen und sowas da. Soll ich euch sagen, wenn der da nicht mehr dran knabbert? Ja, bitte. Au! 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 Aus echtem Schrott und Korn. Nein, nein! Genau, da muss ich auch grad dran denken. Schausteller aus Schrott und Korn. Boah, hier ist gut, ey. Hier hab ich voll ne... Das ist... Das ist Dingsbums und das ist Bumsdings. Und Dingsköönchen, Bumsköön. Kupfer, Ton... Du hast Ton gefunden, wow! Wie klingt der denn? Tief. Denn Anton. Er ist nicht mehr dran. Er ist weg. Okay. Wo ist das los? Ach Gott, auf der anderen Seite. Wo bin ich denn hingeschwommen? Aber wir haben das abgekriegt. Oh, er ist tot. Ja, sehr gut. Einfach mit E abbauen. Einfach mit E drücken. Hab ich. Ach, seit wann ist das mit E? Du hast doch da rum. Da rumgehämmert habe ich ja gesehen. Nein, das war ich. Seit wann ist das mit E? Das weiß ich nicht, ob das neu ist oder ob das früher schon war. Nee, das sage ich mir nämlich nicht. Früher hat man das mit dem Speer gemacht. Ja, das ist jetzt mit E. Ich muss nur dreimal E drücken. Okay. Deswegen fragt es gerade, warum das mit E ist. Toll, wie immer, wenn ich drauflegen will, packt gerade einer was drauf. Habt ihr jetzt noch das Zon zeigt? Das was? Ton, damit ich Ziegel herstellen kann. Ich hab hier... Was ist... Ton habe ich. Ton und Sand. Das muss man dann irgendwie verbinden. Ich guck das mal. Schau mal Algen mit, ne? Ist auch nicht verkehrt. Wir brauchen eine Forge. Kann einer eine Forge bauen? Haben wir die schon gelernt? Wir haben sie gerade gelernt, ja. Sehr gut. Die Schmelze, genau. Jetzt schmelzen da oben. Oh, nein. Wie war das auf Male? Mutter sucht Schraube? Ja. Ich hab keine Schraube. Schreckschraube. Wenn du in den Tag ist, hast du auf der rechten Seite die Reiter. Beim Reiter stopp. Nein, hab ich nicht. Da hast du Reiter? Oh, das f*** ich. Hey, das ist doch... Ich hab keinen Echt dafür. Das ist... Du warst keine 10 Sekunden im TS. Da ging doch schon los. Das muss doch gewohnt sein. Ich hab da aber keine Reiter. Mach das für nicht mehr. Huch. Huch. Ja. Mach deine Reiter selber hier. Das sind Suftköpfe hier. Boah, ich muss da trinken. Shit. Ja, alles leer. Ich wollte auch gerade. Ja, ich bin aber noch im Wasser. Irgendeiner trinkt immer zweimal. Jetzt bin ich auf der Insel. Das würde ich niemals tun. Scheiße. Dafür esse ich den Fisch dazu. Ich glaube, ich verrecke. Boah, das kann ich auch. Und da würden wir noch keine Axt bauen, leider. Ich hätte aber, glaube ich, noch ein bisschen Ton, ne? Ist das Kupfer? Was hab ich denn hier? Das ist nicht. Kupfer. Einmal Ton hab ich. Kupfer kannst du den Ding dran schmeißen. Ja, aber ich muss erst mal trinken. Ich hab ja da... Ja, mach mal. Wenn mir nicht jeder alles wegsaufen würde. So. Wenn da Bier wäre, könnte ich noch verstehen. Aber so... Hat die Biese bestimmt wieder zweimal gesoffen. Was ist denn da hinten, wo der komische Stab aus dem Wasser guckt? Oh, da ist ein Hai. Ist der Hai wieder da? Ja. Da, guck mal. Wo ich hinschwimme. Das ist so wie von einem Seetang oder so, ne? Denk ich auch, ja. Wir haben doch gar keinen Forge. Wo soll ich denn das Ding reinspeißen? In die Kiste, oder? Nein, du sollst in die Kiste schmeißen. Ich dachte gerade schon, die hätten wir gebaut, ey. Nein, die Forge... Ich brauch doch für Ziegel zu viele. Warte mal, ich... So ein bisschen Eis rein. Denkstück und ich hab gerade mal drei Ziegel. Ach, Schitte. Kann mich einer retten? Schade, das sind alles, also. Danke. Pass auf, das ist nur der Hai, ne? Nein, hier wird keiner mehr gerettet, basta. Ah, scheiße. Keiner will mich helfen. Hab keiner planken hier. Nur eine Frage, er opfert sich. Wie habt ihr denn den Glibber hergestellt, oder habt ihr ihn gefunden? Nein, das hab ich gefunden, oh. Das musst du in der Forge mit diesem Seetang da. Ja, ja, den Seetang hab ich, aber wir haben doch keine Forge. Oh, kannst du mal den Hai abwenden, oh. Ja. Uff, ja. Hallo, hi. Müssen wir Planken holen da hinten. Hab mal abgelenkt. Wo wissen du? Eine. Danke. Bitte. Danke, Anke. Ich hab gerade eine geholt. 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 Wir müssen weiterfahren, meiner Meinung nach. Wir müssen jetzt weiterfahren, wir haben kein Zeug mehr. Ja, bin ich auch der Meinung nach, ja. Jetzt hat mir gerade eine Fisch geklaut, ne? Ist nicht normal. Du hast auch noch ein Rohr in der Kiste, wenn da nichts mehr ist. Ein Rohr in der Kiste? Nee, hat's auch nicht geklaut. Ein Rohr? Ich hab noch einen Fisch, ich hab zwei genommen. Braucht noch einer Fisch? Nö. Fahren wir? Nö. Ja, lass mal fahren, hier. Reif mal den Anke ab, da. Fahren, fahren, fahren. Auf der Autobahn. Brauch eine neue, A-Hangel. Aber auch keine Planken mehr. Bogen aber alle keine Planken mehr. Ihr seid ja auch noch mutig weg. Warte mal, warte mal, warte mal. Nee, ich hab keine Planken mehr. Ich hab noch zwei. Brauch einer irgendwie was dringend? Ja, was? Planken? Zwei Planken? Hab ich noch. Nö, ich brauch sechs. Ich freundet's mir auch nix. Na, dann kann ich mich helfen. Da ist er intolerant. Da kennt er nichts. Entweder sechs oder gar keiner. Wo haben wir jetzt mit? Ja wollen wir? Wir sind doch unterwegs, Baby. Wir sind unterwegs? Hast du eigentlich gelichtet? Ja? Ich seh' nicht, dass du jetzt unterwegs sitzt. Ich pornography? Nein. Warte mal... vielleicht jetzt? Wo ist er denn... Müsste mal das Segel vielleicht drehen? Jaja. Wieso nein? Das müsstest du mal runter machen. Das…. Ja, das hab ich grad hochgemacht um zu gucken, ob er mit dem Segel gegen die Insel fahren noch. Und hab ich jetzt das Segel mal gedreht, aber irgendwie... Warte mal. Wenn wir jetzt sehen könnten, wie der Wind steht, wäre es auch noch angenehm, ne? Da musst du einen Wimpel bauen, so einen kleinen Wimpel, aber da brauchen wir auch irgendwas. Ich habe eine Glückskatze. Wie wäre es, wenn ihr den Anke entfernen würdet ihr von Haus? Ich habe doch gerade gefragt, ob der entfernt wurde. Den hat keine Entfernung, der hangt ihr immer noch. Sehr gut, sehr gut. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Ich habe gedacht, ihr hättet den schon längst eingeholt. Ich habe gedacht, halbwegs, stell dich wieder genau vor mich her. Das ist doch wie beim Escape-Bug-Spiel, ne? Ich habe eine Glückskatze, was braucht man damit? Nix, die ist nur dekorativ. Die kannst du hinstellen oder wegwerfen. Kannst du den Heimit totschmeißen? Ja, bitte. Genau, schmeiß den auf den Ei, dann stürmt der. Die sieht doch nett aus. Weiß einer, ob man den Hut verbergen kann? Äh, irgendwie. Mit Backspace geht das bei... ne, geht hier nicht. Ne, das geht bei Atlas. Bei Ark, ja. Ui, ausblenden, auf Punkt. Sehr gut. Sollt vielleicht ein paar Screenshots ab und zu machen, ne? Äh, hast du Punkt gedrückt? Denn mein Hut ist noch da. Ich habe Punkt gedrückt, mein Hut ist nicht mehr da. Ja, guck, mein ist noch da, wenn du... Ach, muss ich den Punkt drücken, nicht du? Ja. Ihr seid so dumm. Ja. Toll, drei Griffe gibt's drauf. Ach doch, da. Der Fisch ist so knusprig. Knusperfisch. Knusperfisch. Uuuu. Ich hätte vielleicht mal ganz am Anfang an Screenshot machen sollen. Das stimmt. Schon paniert werden wir denn angeln, oder? Na klar. Und meint dann drüber alles aufzufressen. Das ist jetzt mein Antipasti-Teller. Antipasti, was ist das denn schon wieder? Das sind gefüllte Paprika. Mit Oliven gefüllten Feta. Geil, schmeiß einen rüber. Ich, scheiß Oliven, ne bloß nicht. Oh, lecker, lecker, lecker. Ich liebe es. I'm loving it. Das sind hier diese, diese... Wie heißen diese Tomaten? Cherry Tomaten? Ne, keine Ahnung. Klein, ja. Cherry. Oder Cocktail Tomaten. Oder Cocktail. Ja. Die heißen die Anders. Wo fahren wir? In welche Richtung fahren wir? Keine Ahnung, wir fahren einfach. Keine Ahnung. Er hat ne... Speer. Speer? Alle pieksen auf den Hai ein. Wer hat das Segel nach da gesetzt? Soll das so sein? Ja. Wohin denn? Weil da kam kein Loot mehr. Da hinten ist noch was. Da kommt Loot. Da hinten ist noch gar nichts mehr. Ach, da, ja. Da hinten ist noch gar nichts mehr. Da hinten ist noch gar nichts. Da hinten ist noch gar nichts. Da konnte nichts. Da konnte ja nichts. Aber das ist gut. Wir haben nichts mehr, ne? Da hinten ist noch nichts mehr, ne? Alle stehen mit den Tapfen. Wir fuschen einfach. Man könnte den Fisch das wieder runternehmen, aber das geht nicht. Und da drauf legen, weil da sind noch Planken. Anfangs-Streetshot gemacht. Hier liegt die Fische genau da drauf, wo keine Planken mehr sind. Ja, das ist gut, ne? Mhm. Die Fische lagen da schon drauf. Ich hab eben da Planken reingetan, weil nirgendwo mehr welche waren. Das sagen Sie auch nicht. Meine letzten zwei Planken. Ja, das ist schön. Also ich brauch grad keinen. Der Fisch ist doch gar. Hättest du hier drunter denken. Der ist noch nicht gar. Der war eben auch noch nicht gar. Ihr seid doch gar gar. Was machst du? Wolltest du den Vogel angeln? Ja. Vögel angeln, genau. Kann man bestimmt eine Errungenschaft für immer das schaffen. Die Vogelangler. Ach, da schwächelt die schon wieder. Oh, das hat sich schwächelt. Doch der, der zwei Stunden Länge gepinnt hat. 23 Uhr. Ja, das ist wahr. Ich hab das Gefühl, wir bewegen uns keinen Zentimeter weiter. Ja, hab ich auch das Gefühl. Ja, irgendwie. Weil wir gegen den Wind wahrscheinlich die ganze Zeit, oder? Ich mach ja so. Warum den Wimpel? Meine alter noch Durst. Ja, ich bin gerade... Aber ich brauch noch sechs Planken. Oh ja, sechs Planken, hab ich auch gesehen. Nägel, alles hab ich. Aber keine Balanken. Magst du jede Akronomie, oder nur die Dinge? Ich mag alle nicht. Ich mag alle. Ich mag auch alle nicht. Hauptsache, ich kann auch alle. Hier ist kein Wasser drin. Wer war das? Ja, weil da keine Planken drin sind, ist das scheißegal. Da haben wir immer irgendwen, der säuft und brennt. Guck mal, es brennt. Ist auch keine Plänke mehr drin. Wir bewegen uns doch nicht. Wir fahren doch immer noch um diese Insel rum. Wir bewegen uns doch. Guck mal auf die Insel. Wenn wir um die Insel rumfahren, dann bewegen wir uns ja. Wenn die Insel anbisierst, du musst du übrigens was trinken. Ja. Würde ich ja gerne. Du doch mal einfach das Segel drehen. Irgendwohin. Da ist doch Wasser. Da. Hier. Wasser an der Mitte. Da hinten, wo das Loot ist. Da fahren wir jetzt mal hin. Da kommt ja Loot gerade. Da lang. Bist du noch Spatz? Wo ist das? Hier. Es war noch eine halbe Stunde später. Ach guck mal. Guck mal. Die Treppe, auch schön. Ach. Kann man in das Segel? Ach komm, ich mach es selbst. Fische angeln. Das wird eng, oder? Komm, 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 komm. Nein, nein. Guck mal, wie die Geier wieder, weißt du? Der ist schön an meinem Haken vorbei geschwimmt. Geschwimmt? Nicht geschwimmt. Geschwimmt. Vorbeigeschwemmt. Match, match. Jetzt ist der Angel kaputt. Bei wenigstens ist das Bier drin. Ich weiß es nicht. Rum. Ah, rum ist auch gut. Wir sind doch Seemänner. Ja, total. Und was für welche. Läuft. Ich möchte, dass so eine Sammelstation gebaut wird. Eine Sammelstation? Ach, diese Fangnetze, meinst du? Ja. Ja. Ich brauche Halt hier. Halt und Kunststoff. Boah, der ist aber wie sich hier da am Zusammensaufen hier. Wer? Mein Charakter. Du tust nix und trotzdem musst du so viel saufen. Warte, ich bin nur am Arbeiten hier. Warte. Du tust nix. Warte, der ist jung. Hm. Ist das normal, dass da so wenig Zeugs kommt? Mhm. Das ist ja langweilig. Wer hat nochmal gesagt, das geht total schnell neu anzufangen Floß zu bauen? Ich hab das nicht gesagt. Wir sind jetzt ne Stunde, knapp ne Stunde dran, jetzt bei 58 Minuten. Ich hab nen Monster, der kann nicht pfeifen. Wieso willst du pfeifen? Ja, der ist so zu, als wenn ich nichts gesagt hätte. Achso. Ach du warst das, naja. Daniel ist ja auch nicht hier. Ja, Daniel da wär immer. Der hat vielleicht zwei Stockwerke hier gemacht. Das wär schon dreimal so groß, das Floß. Aber ohne Scheiß. Oh, den Klingelnohren. Der haut was weg, ey. Weißt du, wir irren so auf dem Floß umher, willst du nicht was man tun? Und da ein bisschen Womps. Da beißt was an hier. Ich stell dich ab. Bin dabei. Da beißt aber ein bisschen, ne? Ich war ja nur. Ich hab nicht was gut getroffen.